so jetzt eher stufe 4 als stufe 3 also eigentlich ähnlich zu vorhin ne kaiser zwei jeweils wieder rein auf jeder oh ne kansas b aber die mit dem mit ihren problematisch er hat nämlich keine flugabwehr das ist ja der special an diesem schiff würde ich jetzt mal sagen keine flugabwehr so dann wo fahren wir denn am besten hin ach ja ja das läuft auf den stufen besser auf den niedrigen wo die leute sich gegenseitig noch glück wünschen das wünsche ich mir eigentlich für die höheren stufen auch aber ist leider nicht so schreiben sogar danke zurück so was haben wir denn hier vorne hier haben wir den in asia das ist der russer ist der russer kaladon hat einen special captain kreer dann die basis und die kreer auch der franzose der franzose kommt hier natürlich habe ich jetzt ab kreer drin aber könnte fast schon reichen als hilfestellung los drehen bisschen rum ja 700 das wird's machen diese 700 werden den sieg des dds machen und zur nut habe ich jetzt gleich die kreer drin kreer drin ja komm glas horn hier möchte ich eine recht gute eine gute eine gute ab der stupe in den inkampf sind aber auch recht windig wächst getroffen schade Ah, die Rhein probiert's. Äh, die Rhein möchte gelandern. Ich werd probieren weiterhin zu verteidigen. Weil DDs killen ist das wichtigste. Die sind einfach zu killen, besonders. Und können so viel auslösen. So einen großen Effekt haben. Besonders wenn die Hinten... Aber ich treff den gerade überhaupt nicht. Ich... Ich dreh mal besser ab. Der Russe kann mich grad noch nicht beschießen. Boah, dafür noch ne Kaiser. Nichts mehr. Ups. Der hat leider verloren, schade. Na gut gemacht. Toll. Oh nein. Los hinter die Insel hier. Um versuchen wegzukommen. 4 Leute die auf mich zielen. Kaiser schießt H... Ai? Das ist Ai? Ja. Das ist Ai gewesen. Ja. Schießt mich nicht. Ja, ok. Ist halt noch so diese Stufe. 3.000... Nicht mal 3.000. 2.300. Nicht mal. So, da kann ich nichts mehr machen. Der andere ist da hinten irgendwo. Das machen wir jetzt hier. Nicht gegen den wir fahren am besten. Und dann würde ich immer sagen, den hier dem Russen gleich in die Seite fallen. Aber er dreht ein. Aber nur wegen Torreders. Passt. So, Brand kann man ja zu 100% heilen. Und das ist gut. Das kann man direkt auch mal anfangen, ihn zu heilen. So, der Russe. Was macht der Russe? Der Russe, der... dreht jetzt die Tür mitzunehmen. Oh, das könnte so... Oh, das ist nicht zu spät. Weil ich habe ihn voll in der Seite. Also, er hat mich in der Seite. So. 6.000. Was bremst ich hier ab? Da möchte ich jetzt nicht weiter rein. Definitiv nicht. Ich kann die Second Lady noch ein bisschen schießen. Zumal sollte ich ja nicht. Und wenn das jetzt gerade ist, nichts. Ja, jetzt ist wieder der Winkel, ne. Der Winkel wird zunehmend schlechter. Aber... Da muss ich ja gar nicht mehr schießen, ne. Oh Gott. Der Kaiser. So. Und weiter. Und da kommt direkt die nächste Kundschaft da um die Ecke. Der zeigt voll breit. Richtig breit. Richtig breit. Gemeinwillig. Ja, das reicht aber. Ja, das sollte... Mal gucken, ob er mich gut trifft. Da ist gerade der Schlachter gestorben. Wow. 4.000. Ja. Ich guck doch. Ich guck doch. Ja. Schade. Ja. 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 Da ist so ne... Kreuzung. Ja. 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 Der Franzose ist schnell. Franzose ist verdammt schrecklich. Was macht denn unseren Yogi da vorne? Ich brauche eine bessere Flukerpair. Ich bin irgendwann in der Nähe. Yogi hat doch bestimmt Flukerpair. Hoffentlich noch besser als ich. So. Yogi zeigt vollbrat. Das kann ich nutzen. Das kann ich nutzen. Ich hätte es nutzen können. Aber die Nassau hat gesagt, nein. Die nutzt das nicht. Gut. Dann jetzt auf die Kaiser. Die Kaiser. Ja, die kommt auch recht bereit. Zwar nicht Maximum. Aber da war auch ein Tisch. Ziemlich breit. Ziemlich breit. Ja, und dabei waren wir schon nix. Dein Torpedo hätte überhaupt getroffen. Aber da haben wir noch Torpedo tatsächlich. Alles gut. Da kommt noch ein Torpedo. Aber guck mal. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie das aussieht. Und wir liegen richtig in der Führung. Besonders wenn wir hier gehalten haben. Jo, 6000. Fast 7000. Das ist sehr gut. Das ist schon vergleichbar mit einer... ...25.000er Stelle mit der Yamato. Also richtig schön für Schaden. So. Ich würde mich hier extra auf die Front mal schießen. Ja. Da bin ich gut durchgekommen. Da ist nämlich die Panzerung recht dünn. Und dort kommt man dann in die Zitadelle rein. So, die Nogi. Jetzt kommt der Flugzeugträger nochmal an. Ich habe leider keine Priorisierung dabei. So, jetzt kann ich wieder. Gut. Da komme ich vorbei. Sehr gut. Und nochmal 6100 hinterher. Und nochmal 6100 hinterher. Sehr gut. Sehr gut. Ja, der kommt natürlich jetzt. So. Ja, ich muss jetzt abwarten. Bevor ich das repariere. Oh Gott. Jetzt kann ich es wieder probieren. Aber das kann man bei einer Flugzeugträger so sein. Also selten. Zieht das noch nicht blöd. Wahrscheinlich fliegt einfach alles durch. Anstatt mit Schaden zu brennen. Das ist jetzt in der Gänseh gelandet. Das ist sehr gut. So. Weiterdrehen. 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 Schön weiterdrehen. Dreh durch. Dreh durch. Ja. So. Ein Abraller. Sehr gut. Da kommen jetzt keine Flieger von mir vor. Oder? Doch, jetzt kommen sie gleich wieder an. Ich kann doch nicht mehr heilen. Aber ich kann reparieren. Und hab drei Abraller produziert. Wir gehen mal weiter oben zu. Man kann ja auf der Stufe ein bisschen was ausprobieren. So ist ja nicht. Magie eigentlich auch. Der Stufe hier. Dass man. Ausprobieren kann. Ganz ehrlich mit so einer Smolensk. Da zielst du einfach hin. Und. Triffst. Machst Schaden. Es brennt. Oh. Oh. Nein. Nein. Ich hab den Führer eingeschätzt. Ach. Trotzdem. Jetzt zieht er. Was hat er hier eigentlich vor? Ja. Ja. Sehr gut. Das ist ja. Man muss immer auch darauf achten. Dass sie scharf werden. Die Top-Heroes. Das machen die irgendwie selten. Das. Diesmal drüber ziehen. Ein bisschen weiter. Ja. War aber nicht so gut. Ja, jetzt haben sie mich. Haben sie mich echt hier... Sandwich-Post schon. Ja, aber... Tja. Ja, wir haben überall Kanonen. Das macht nur Wasser. Wo kommt der nächste da? Wie ich einfach jetzt mit jeder Seite immer noch schießen kann. Na, den... Ich darf nicht. Er ist stehen geblieben. Und direkt hat er eine Zitatelle passiert. Sehr gut. Jetzt haben wir mal auf den Panzergürtel. Vielleicht... Ist ja ganz gut. Polarisierung ist an. Der Panzergürtel ist nicht so doll. Vielleicht braucht er die Streuung nicht so gut. Ja... Sehr gut. Und der andere Flugzeugträger, das ist der ganze. Ja. Nur Priorisierung kann ich noch machen. Boah, viel Flugzeugschaden ist da nicht entstanden. 3.300 gleich. Und die Reine, ich glaube die möchte sich jetzt an mir rächen. Das ist doch der, der schon tot ist, oder? Ja. Der will sich bei mir rächen. Aber so wird das nix. Mit der Wache. So wird das nix. So... Hier... Ein bisschen nervig sein. Nein... 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 Und... Na... Natürlich nicht. So... Jetzt kommt der nochmal an. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Die Not werde ich gleich auf Bruderausfall machen und nur die ganze Zeit drehen. Verschwindet an mir ruhig die ganzen Flieger, das ist gar nicht schlecht. Aber treff bitte nicht. 61.000 Schaden ist schon wieder richtig viel. Man muss sich das mal so überlegen. Eine Yamato hat fast 100.000, also 98.000, 95.000, irgendwie sowas. Das wären 180.000 auf... Also fast 180.000 auf der... ...besseren Stufe. Also auf der 10. Ich bin mit 65.000 richtig zufrieden. Ne? Oh, da kommt wieder viel rein an. So... Hier rum fährt er. Hier rum fliegt er. So rum, okay. Ja, das Ruder ist zu langsam. Aber er hat auch nicht ganz eingedreht. In der Situation war ich auch... ...wenn ich auch oft genug... ...erraten, in welche Richtung der... ...weiterdreht... ...der Flieger... ...der Flieger sag ich schon... ...der... ...das Schiff. Vielleicht machst du jetzt ein bisschen... ...bisschen schwer, ne? Nicht gut. Da hing es und... ...gewonnen. Sehr gut. Und das mit einem beachtlichen 60.000 Schaden. Und Dreadnought auch noch willkommen. Sehr gut. Zweiter Platz. Das hat doch richtig gut geklappt. Ja. Recht viel angehittet. Die Reihen sogar mit 22.000 versenkt. Mit fast 23.000. So. Und 5.200... Ach... 5.300... ...Schaden an Flugzeugen. Das ist auch nicht so schlecht. Gut. Dann würde ich mal sagen... ...bis zum nächsten Mal. Hoffentlich wird das... Oh, Moment, Moment. Oh, hier. Wir können die Kaiser nehmen. Wir können die Kaiser erforschen. Ja. Moment. Hatten wir das vorhin auch schon hier? Und... Wie haben wir da bekommen? 2.000... Was hatten wir jetzt? Wir hatten... Ja, okay. Na gut. Aber... So, das machen wir ohne Captain. Also ich nehme die Captain immer gerne mit. Von der Nassau jetzt. Aber wir hätten es nicht gekonnt. Wir hätten... 700... Friedrichspin ausgeben müssen. Also... Hat genau gereicht. Würde mal sagen. Dann packe ich auch direkt den Captain dazu. Ich rekrutiere jetzt keinen. Von anderen Schiffen... Na... Nassau... Dort. Ist schon ein Pira-Captain. So... Und ich mache direkt hier für 200.000. Weil... Geld ist jetzt gerade nicht so das Problem. Gut. Sehr gut. Dann können wir sie auch direkt noch schön lackieren. Wir nehmen gerne immer... Diese Standard-Tarnung. Die hier. Ist halt... Ist recht günstig. Und hat... Dennoch... Halbwegs gute Stuts. Also nichts Spezielles. Einfach nur... Alles drauf. Dann noch hier eine schöne Flagge. Damit wir... viel EP machen. Und... Weil gerade... Clarm Wars ist. Nicht Clarm Wars... Gewertete Gefechte. 10% auf die Wartung. Und... Dann können wir das direkt noch ausrüsten. Ich gehe jetzt auf Fortgeschütze. Und... Auf Schadensbebrenzung. Weil wenn wir brennen, dann... Soll die wahrscheinlich auch möglichst niedrig sein. 5% Hört sich jetzt noch wenig an. Aber... Das zahlt sich aus. 3%... Wassereinbruch. Ja... Das nimmt man jetzt einfach mit. Und die Hauptgeschütze, dass die niemals ausfallen. Gut. Dann würde ich mal sagen... Geht's nächstes Mal... Mit der Kaiser direkt weiter. Mensch... Bleibt ja richtig. Ne? Na dann bis zum nächsten Mal.